Es ist ein Pflichtziel gegen Fürth, musst du einfach gewinnen. 119. zum Vorbericht zum Spiel gegen Kreuter Fürth. Die Rückrunde beginnt, ob wir wollen oder nicht. Das mit einem der vielen jetzt, Samstag 15.30 Uhr, die neue Terminverlegung oder Spieltagsansetzung war ja echt ordentlich für uns. Und direkt wegweisend, klare Geschichte, wir spielen gegen das Schlusslicht, wir spielen auswärts bei Kreuter Fürth. Abgeschlagen letzter. Das ist eigentlich für jedes Team in der Liga ein absoluter Pflichtsieg. Aber genau da wird es eben eklig. Immerhin, und Jürgen hat uns diese Schmach schon mal erspart. Die haben sich die erste Pleite gesichert oder Fürth quasi den ersten Heimsieg gegeben in der Bundesliga-Geschichte. Da bleibt uns diese Schmach, diese Rekord quasi erspart. Den hätten wir uns sonst hundertprozentig geholt. Wir kennen unseren VfB. Letzten Heimspiel auch, 0-0 gegen Augsburg. Da haben sie gespielt in der 4-1-4-1, die Vierter. Damit zwei Spiele in Serie, keine Liederlage. Klingt jetzt nicht krass, aber muss man halt nennen, bei bisher fünf Punkten ist das was Besonderes. Das ist schon ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen bei Fürth. Auch von der Performance her, auch in Dortmund war das echt in Ordnung. Auch wenn sie da verloren haben. Also, könnte ein extrem, extrem ekliger Abstiegskampfkrampf werden am Samstag, aber ist und bleibt für uns in der Situation auch gerade ein Pflichtsieg. Logischerweise spiegelt sich das natürlich auch tabellarisch wieder, dieser Abstiegskracher. Platz 18 gegen Platz 16 heißt es. Ja, trotzdem trennen uns ganze zwölf Punkte. Das Kleeblatt ist abgeschlagen. Fünf Punkte aus 17 Spielen. Minus 36 Tore. Die meisten erwarten wohl, dass es da runter geht. Also in der gesamten Liga. Ich glaube, die meisten denken, dass es wieder runter muss. Auch schon vor der Saison. Ja, es ist unsagbar eng alles aufeinander. Wir haben jetzt 17 Punkte aus 17 Spielen geholt. Stecken damit auch ganz unten mit drin auf Platz 16 aktuell. Aber wie gesagt, es ist eng beieinander. Platz 10 und Platz 17 trennen nur sechs Punkte. Also da ist jeder Spieltag, ist wieder ein Sprung drin. Auch in diesem Spieltag, wenn wir gewinnen, können wir bis auf 12, 13 hoch. Und wenn wir halt verlieren und der Rest punktet, können wir sogar bis auf 17 auf den direkten Abstiegsplatz runterfallen. Lustig ist ja hier, im ersten Spieltag waren wir kurzzeitig Erster. Ja, mit unserem schönen 5-1 gegen Fürth waren wir kurzzeitig Erster. Jetzt sind wir 16. in der Realität wieder angekommen. Fürth, nächste Spiele sind Bielefeld auch wichtig. Danach Mainz zu Hause. Und wir haben danach Leipzig zu Hause und Freiburg auswärts. Das ist ja nicht wirklich einfach. Dieses Duell gab es in den Bundesliga natürlich jetzt eher seltener. Wir haben eine Insgesamt-Statistik, die für uns spricht. 17 Siege, 4 Unschienen, 8 Niederlagen. Ist schon mal ganz gut. In Fürth dann nicht mehr so rosig. 4 Siege, 2 Unschienen und 7 Niederlagen. Kein letzter Zeit, weil, mein gut, wir brauchen diese Spiele, glaube ich, von 1976 in irgendwelchen Regionalligen gefühlt. Brauchen wir nicht irgendwie, ja, ist nicht interessant. So 2009 im Pokalsimmer rausgeflogen. Zur 12 haben wir gewonnen dort. In der Bundesliga. Da haben sie, glaube ich, auch in der Saison ja auch kein einziges Heimspiel gewonnen. Und jetzt eben die letzten beiden Male. Zweite Liga. Beide verloren. 1-0 und 2-0. Letztes Mal beim 2-0 war ich auch vor Ort gewesen in Fürth. Das war damals ja der vorletzte Spiel da quasi, bevor dann Corona richtig reingeknallt hat. Ja, und hier macht die Rückrunde da weiter, wo die Hinrunde aufgehört hat. Jetzt auch wieder 5 Corona-Fälle in den letzten Tagen gemeldet worden. Vom VfB, Armada, Dinos, Silas, Fahir und Klimovic. Auch in der Corona-Hinsicht gerade wird es extrem, extrem interessant, wie die Rückrunde jetzt so verlaufen wird. Wir sehen es in England, einige Spiele sind schon abgesagt worden. Deswegen, die Bayern haben auch extrem viele Ausfälle. Mal gucken, ob das Spiel und wie das Spiel stattfindet. Am Freitagabend der Auftakt. Vorne ist schon mal klar, dass Mamush ausfällt. Ist ja klar, der fehlt jetzt erstmal. Ägypten hatten sich geschnappt für den Afrika Cup. Und netterweise, schönerweise, ist es hier am Donnerstag auch schon die PK gewesen um 13.30 Uhr. Kurz danach nehmen wir es jetzt hier gerade auf. Karasor ist fraglich, kommt da raus. Und dass Dinos wohl keine Option ist nach Corona. Da war eine Mini-Chance da, aber nein. Kalajic heißt es irgendwie. Mal gucken, ob es für 60 Minuten reicht. Das klingt für mich eher nach Startelf als nach Einwechslung. Weil wenn es für 60 Minuten reicht, dann kommt er ja nicht zur 30. Der wird ja nicht eingewechselt da. Deswegen scheint eine Chance da zu sein auf Startelf. Mal sehen, was der Materazzo hinhaut. Was er für eine Startelf bringt. Quasi zu seinem zweijährigen Jubiläum. Der hat jetzt gerade die Zwei-Jahres-Marke geknackt, was ja für ein VfB-Dreiner der Wahnsinn ist eigentlich. Hinten ist damit klar Müller. Dinos fällt ja weg. Deswegen ist da auch recht klar Kempf, Ito, Anton. Dann Endo. Der ist ja eigentlich auch komplett überspielt. Aber kam jetzt auch die Nachricht, dass der trotzdem zwei Tage Sonderurlaub abgelehnt hat. Komplett krank. Daneben kommt Mangala. Links wohl wieder Sosa. Gehe ich mal fest davon aus. Rechts Massimo. Und dann vorne quasi auf den Zehner-Position. Führig und Förster. Und ganz vorne. Wenn die Möglichkeit da ist, dann mache ich es. Ich setze ihn rein. Sascha Kalajic. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn da jetzt ein Al-Ghadoui spielt. Und dann mal gucken, was man von der Bank wieder bringen könnte. Vermutlich TBD und die ganzen Konsorten. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wahrscheinlich echt der Hauptgrund, diese Geisterspiele. Hätte ich die Streams nicht, die Videos nicht, das alles hier nicht, da hätte ich glaube ich nicht den größten Bock auf den Rückrundenstart. Wenn ich ganz ehrlich bin, das vermisst einfach sowieso schon jedes Heimspiel. Klar, weil da eh immer am Start wäre es normalerweise. Aber jetzt auch gerade zum Rückrundenauftakt. Du hast Fürth, Freiburg, Hoffenheim. Das sind die drei Auswärtsspiele am Stück quasi. Also immer mit Heimspielen dazwischen. Aber am Stück. Die hättest du alle anfangen können. Die hätte ich alle versucht zu bekommen, da auswärts dabei zu sein. Das tut einfach weh. Das kotzt einfach nur an. Aber hilft alles nichts. Wie gesagt, wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Wir wollen und müssen da unten raus. Das könnte glaube ich wirklich eine richtig räudige Nummer werden in Fürth. Ist einfach so. Das könnte eine räudige Nummer werden. Aber scheißegal wie. Hauptsache die drei Punkte, die sind in dem Spiel wieder der tolle Begriff des Sechspunkte-Spiels eigentlich. Die musst du mitnehmen. Missend hat Zitat, wenn alle gesund sind, ist das schon eine richtig gute Qualität. Und Karlajcic, alle brennen darauf, eine Monster-Rückrunde zu spielen. Auch wenn der PK kam noch, dass die Jungs Bock haben, auf einem guten Fitnesslevel sind. Und so weiter und so fort. Trotz kurzer Pause passt alles. Alles schön und gut? Dann müsst ihr liefern. Weil das müsst ihr auch tun. Das ist ein Pflichtziel gegen Fürth. Musst du einfach gewinnen. Die sind eigentlich so komplett außer Konkurrenz. Die musst du besiegen. Weißt du, von finanziellen Möglichkeiten im Kader, der Hinrunde. Alle haben sie vor Saisonstart eigentlich schon wieder runtergetippt. Ja, die musst du eigentlich besiegen. Gerade in unserer Situation auch, musst du die besiegen. Also, ganz eklig und ganz scheißegal wie, 0 zu 1 Auswärts Sieg. Ganz ein dreckiges Ding. Muss einfach. Ihr könnt auch wieder abstimmen im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid. Sieg und Schien und Liederlage eben. Und ab in die Kommentare. Und dann hier zum Abschluss, wie immer, der gesamte Spieltag noch getippt für euch. Und für euch Ehrenmänner, die hier hoffentlich bis heute mit mir nicht dran geblieben sind, darf ich euch zum neuen Jahr das erste Giveaway bei mir präsentieren. Es ist so geil. Ich feiere das richtig hart mit dem guten Kollegen von 0711 Design, der mir ja schon den guten Förster hier an die Wand geklatscht hat quasi. Könnt ihr ein Dispate gewinnen. Geht mal in den Link in die Beschreibung. Auf Instagram läuft das ganze Ding. Auch im Community-Tab habe ich es reingepackt. Einfach auf Instagram gehen und da steht alles drin, wie ihr daran teilnehmen könnt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Streams, in Videos und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal.